Ehrung für Energiespieler Hele Wollitz und seine Jungs durften sich heute in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Grund ist der Aufstieg in die dritte Bundesliga. Außerdem hat Energie heute auch noch den Landespokal überreicht bekommen. Die Übergabe konnte nach dem Finalspiel in Potsdam wegen Fanausschreitungen nicht stattfinden. Jetzt wurde sie nachgeholt. Auch die erste Runde im DFB-Pokal steht fest. Der FCE spielt am 20. August gegen den SC Freiburg. Anstoß ist im Stadion der Freundschaft um 18.30 Uhr. Kulturelle Vielfalt zum Anfassen In Lübbenau, Burg und Altdöbern gilt ab morgen erhöhte Lawinengefahr. Die Folklorelawine rollt wieder. Mehr als 300 aktive Mitglieder präsentieren Bräuche, Tänze und Musik aus ihren jeweiligen Heimatländern. Der Startschuss ist morgen in Lübbenau. Ab 14 Uhr beginnt hier das Bühnenprogramm. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei. Die Folklorelawine rollt dann schon zum 18. Mal durch die Landkreise Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz. Weltmeister zu Gast in Cottbus Der große Preis von Deutschland geht in die nächste Runde. Ab morgen treten im Radstadion über 100 Teilnehmer aus verschiedenen Nationen gegeneinander an. Ab 18 Uhr beginnen die Finals im Radsprint. Am Samstag geht es dann weiter mit dem großen Preis von Cottbus. Ab 9 Uhr beginnen hier die Vorrunden im Kairin-Rennen. Ab 16 Uhr geht es dann weiter mit den Finalrunden. 2 September 15 Uhr Ab 16 Uhr